David, ein 17-Jähriger, näher aus Valencia in Spanien, der sich an sein bequemes Leben gewöhnt hat, wird nach Stuttgart geschickt. Seine Eltern wollen, dass er das reale Leben kennenlernt und nicht mehr am Computer spielt. Als er am Stuttgart Flughafen ankommt, ist alles total anders und nicht wie von ihm erwartet. Außerdem kommt David in eine sehr gefährliche Situation. Wird David endlich erfahren, ein Herr zu sein? Wird er Deutsch lernen? Gibt es in Stuttgart Ufos? Wieso sprechen die Leute so merkwürdig? Warum schmeckt das Essen so früchterlich? Aus welchem Grund wäre der Gastvater zu guten über Davids Geschenk? Das alles erfährt man im Buch von Claudio Pieter. Ich nähe dir in Panik, nähe dir in Not. Ich nähe dir in Panik, nähe dir in Not. Ich eh und der Mensch lah. Ich to message die ände. Ich aime immer. Ich binstäblich mein Herz. Ich bin seit Damage.